Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf alle bitten, Platz zu nehmen. Dann können wir mit unserer Veranstaltung fortfahren. Herzlich willkommen, Ihnen Anneln. Ich darf zunächst allen Experten und Petenten für Ihr Kommen danken, damit wir uns im Detail beschäftigen können mit der Klimawandelleugnung. Die verschiedenen Techniken, Triebfedern und Strategien zu analysieren, ist wichtig. Wir haben zwei Podien. Zum einen Klimawandelleugnung im allgemeinen Überblick und ein Panel über Kommunikationstechniken und Missinformation. Der Fall Exxon Mobile. Also ich bin sicher, dass wir hier viele Fragen klären können zu einem besonders wichtigen Moment. Denn viele Bürger und Jugendliche erheben jetzt ihre Stimme und bringen ihre Sorge zum Ausdruck mit Blick auf den Klimawandel, der unsere Erde betrifft. Diese Anhörung findet statt aufgrund einer Petition aus im Jahre 2016. 916 aus 2016 im Namen von Food and Water Europe. 732.000 Unterschriften unterstützen diese Petition, um tätig zu werden gegen Unternehmen, die den Klimawandel leugnet. Gegen große Unternehmen soll vorgegangen werden wegen Klimaleugnung, fordern die Petitionen. Der Ausschuss wurde informiert über Untersuchungen in den USA zum gleichen Thema. Der Petent geht ein auf die negativen Auswirkungen des Klimawandels und die Auswirkungen auf die gesamte Politik, Verkehrspolitik, Energiepolitik und so weiter. Der Petent bekommt das Wort zu Beginn des zweiten Panels heute. Und jetzt darf ich meiner Kollegin das Wort überlassen, Frau Wallern. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für umweltpolitische Fragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Herzlich willkommen, bitteschön. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Tschakki. Verehrte Kollegen, verehrte Abgeordnete des Europäischen Parlamentes, meine Damen und Herren. Ich kann mich Herrn Tschakki anschließen und meinerseits Ihnen danken, dass Sie heute zu uns gekommen sind, um mit uns Ihr Sachwissen zu teilen und zu diskutieren über dieses heikle Thema. Ich freue mich auf Ihre Anregungen zur Diskussion. Klimawandelbekämpfung steht im Zentrum der Anstrengungen und der Arbeit des Umweltausschlusses. Eine Leugnung des Klimawandels und seiner negativen Auswirkungen auf Umwelt und öffentliche Gesundheit würde in diesem Kampf beeinträchtigen. Transparente Kommunikation ist natürlich notwendig, um die Bürger gut zu informieren über die wissenschaftliche Untermauerung, der Bekämpfung des Klimawandels. Deswegen hat der Ausschuss diesem gemeinsamen Unterfangen zugeschimmt mit dem Petitionsausschuss, um hier Licht zu bringen in dieses doch sehr schwierige, aber unbekannte Thema. Wie Sie wissen, wird ExxonMobil in der Petition genannt. Das war ja eigentlich die Grundlage und die Ausgangsmotivation für diese öffentliche Anhörung. ExxonMobil wurde eingeladen, teilzunehmen an der Veranstaltung konnte, aber der Anleitung nicht folgen aufgrund von Rechtsstreitigkeiten in den USA. Ein offizielles Schreiben hat die Gründe erläutert und hat mögliche Reaktionen auf die Debatte heute bereits dargelegt. Das wurde allen Abgeordneten zugeleitet, um volle Transparenz zu gewährleisten. Wir haben heute mehrere Gäste eingeladen als Sachverständige, die zu Wort kommen können. Sie bekommen 15 Minuten, um ihre Vorträge zu halten, also jeweils 15 Minuten. Wie gesagt, wir haben zwei Podien organisiert und nach den Vorträgen der Sachverständigen wird es eine Aussprache mit den Abgeordneten geben. Das erste Panel trägt den Titel Klimawandelleugnung allgemeiner Überblick. Wir haben hier zwei Sachverständige, zwei Experten eingeladen. Herr Jean-Pascal Van Ipercel ist Professor für Klimatologie an der Universität Löwen. Er wird hier einen allgemeinen Überblick geben über das Thema Klimawandelleugnung. Und dann folgt Alexander Karius ist Verwaltender Direktor von Adelphi. Er wird einen Überblick geben über Klimawandelleugnung in der Politik. Der erste Redner bekommt jetzt das Wort. Professor Ipercel, bitte schön, Sie haben das Wort. 15 Minuten. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Hier sitze ich. Vielen Dank, dass ich heute in das Thema einleiten darf. Ich weiß, dass andere Kollegen dann einzelne Punkte im Detail aufgreifen werden. Aber ich darf jetzt eine allgemeine Einführung vornehmen aus der Sicht eines Klimawissenschaftlers, der sich 40 Jahre lang mit dem Klimawandel beschäftigt hat. Ich war auch stellvertretender Vorsitzender im Weltklimarat 2015. Zunächst vielleicht eine Einleitung zu den Vokabeln. Also ich selbst möchte eher von Klimaverwirren sprechen. Also die Leugner, das möchte ich gerne dem Thema Holocaust zurechnen, aus Respekt vor den Shoah-Mitgliedern. Also Klimaskeptiker gefällt mir auch nicht. Also Skepsis gegenüber der wissenschaftlichen Methode. Diese Klimaverwirrer sollten jetzt nicht Skeptiker genannt werden. Denn Skepsis ist ja in der Wissenschaft auch wichtig. Das hat ein befreundeter Wissenschaftler mir so gesagt. Also die Temperatur, die Erdtemperatur nimmt zu. Das ist seit 1850. Das ist eine Wirklichkeit und wir kommen immer näher an die Grenze von 1,5 Grad Celsius. Und hier sehen Sie ein Schaubild, das man immer noch im Internet, auf Facebook finden kann. Da wird darauf hingewiesen, dass bis vor kurzem, also das geht bis 2011, also dass man bei der Temperatur nicht den Eindruck hat, dass die ansteigt. Da wurde immer wieder Temperaturenstiege, aber das ist verzerrt. Denn solche Zeiträume hat es immer wieder gegeben. Also manchmal geht die Temperatur sogar ein bisschen zurück. Aber da wird mit Statistiken gespielt. So gehen die Klimaverwirrer, wie ich sie nenne, vor, um eben Verwirrung zu schiften. Weitere Spirale, die ich aufzeigen möchte, die starke Zunahme der CO2-Konzentration seit 1850 wieder. Und das, da sieht man, wie sehr das zugenommen hat und wie sehr das dann isoliert in der Erdatmosphäre. Auch hier sieht man ein Schaubild, das ganz deutlich die Zunahme der CO2-Konzentration aufzeigt in den letzten 10.000 Jahren und wie das in der heutigen Zeit exponentiell zugenommen hat, explodiert ist. Und das wird in den nächsten Jahren auch nicht aufhören. Also diese Konzentration ist 50 Prozent höher als im vorindustriellen Zeitalter. Jetzt sehen Sie hier eine Tabelle aus einer wissenschaftlichen Publikation aus dem Jahre 1975, also schon vor einiger Zeit. Und da sehen Sie, dass die Schätzungen, die diese Experten, die vor kurzem gestorben sind, vorgenommen hatten für 2010, war 403 ppm 2010. Also das ist ziemlich nah an dem, was wir heute sehen. Und für die Temperatur hatten Sie einen Temperaturzustieg von 1,1 Grad Celsius zugenommen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Also da sehen wir gerade jetzt. Die Wissenschaft war also ganz klar, schon lange hat sie sich deutlich geäußert. Und dieser Temperaturanstieg ist der Tatsache gezündet, dass wir quasi die Atmosphäre als kostenlosen Müllhaufen verwenden. Also da wird die Isolierung in der Erdatmosphäre verstärkt. Und deswegen müssen wir CO2-Emissionen auf Null senken, sobald wie möglich, um zu verhindern, dass diese Isolationsschicht um die Erde herum noch dicker wird. Der Weltklimarat, dazu komme ich später noch, hat sich natürlich beschäftigt mit der Beziehung zwischen dieser Zunahme der CO2-Konzentration und anderen Treibhausgasen und dem Temperaturanstieg, den wir hier wieder sehen, in dem Versuch, da Modelle zu erarbeiten. Entweder nach dem blauen Modell, da werden nur natürliche Faktoren eingespeist, oder nach dem roten Modell mit natürlichen Faktoren und nicht natürlichen Faktoren, also menschlichen Faktoren. Und nur mit der zweiten Kombination kann man zu den entsprechenden Schätzungen kommen. Also man ist doch recht optimistisch, dass es eine starke Verknüpfung gibt zwischen dem menschlichen Faktor und der Erwärmung, wie man das hier sehen kann mit diesen Auszügen aus dem Weltklimaratsbericht. Der Weltklimarat wurde ja gerade deshalb ins Leben angerufen, um herauszustreichen, was aus der wissenschaftlichen Literatur eigentlich klar ist und was nicht klar ist, und zwar politikrelevant. Nicht nur mit Blick auf die Klimawissenschaft und Forschung, sondern auch mit Blick auf Lösungsräume und Möglichkeiten bei der Anpassung oder bei der Abmilderung. Wurde also vor mehr als 30 Jahren gegründet, dieser Weltklimarat. Und ich darf noch einmal auf wesentliche Elemente hinweisen aus dem Arbeitsgruppen 1 Bericht, also was sich mit Forschung beschäftigt. Also Emissionen aus menschlicher Tätigkeit sind nachhaltig gestiegen in der atmosphärischen Konzentration von Treibhausgasen. Also optimistisch wurde dort gesagt, wenn man so weitermacht wie jetzt, wird die Temperatur um drei Grad ansteigen, also eine Spanne zwischen 2,5 und 3. Also auch der Meeresspiegel wird wahrscheinlich ansteigen zwischen 30 Zentimetern und 100 Zentimetern. Also die Hochtemperaturzeiträume werden häufiger werden und länger dauern. Manche Arten werden aussterben und dann müsste man CO2-Emissionen in großem Maße wieder senken. Frau Vorsitzende, sehen Sie mir das bitte nach. Ich habe das etwas schnell vorbereitet. Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht. Das ist eigentlich aus dem ersten Weltklimaratbericht. Tut mir wirklich leid. Also das stimmt schon. Das war aus dem ersten IPCC-Bericht. Das sind Zahlen, die sehr ähnlich sind wie die Zahlen aus dem jüngsten Bericht. Und da stellt sich die Frage, hat da überhaupt jemand zugehört? Und wenn nicht, warum nicht? Warum hat man da vor 30 Jahren nicht zugehört? Ich möchte Sie jetzt nicht mehr in die Irre führen, darf Ihnen aber doch aufzeigen, welches die wichtigsten Botschaften sind aus dem jüngsten IPCC-Bericht-Überblick. Also menschlicher Einfluss auf das Klimasystem ist klar. Weitere Emissionen von Treibhausgasen wird die Wahrscheinlichkeit wegen der Auswirkungen erhöhen. Klimawandel ist wirklich eine Bedrohung für nachhaltige Entwicklungen, aber es gibt viele Chancen bei den Lösungen. Und insgesamt kann man sagen, dass die Menschheit die Möglichkeit hat, Klimawandel einzugrenzen und eine nachhaltigere und widerstandsfähige Zukunft aufzubauen. Also bei all diesen vier Elementen setzen die Klimaverwirrer an und waren da sehr aktiv und argumentieren auch immer wieder anders. Das verändert sich mit der Zeit. Also besteht überhaupt die Erwärmung? Ist der Mensch überhaupt da schuld daran? Und heute konzentriert sich das natürlich auch immer mehr auf die Lösungen, die sich hier aufzwingen. Also hier sehen wir in einem Cartoon wie der IPCC die eigenen Botschaften seit dem ersten Bericht im Jahr 1990 immer wieder wiederholt. Sie sagen immer das Gleiche. Und 2019, wo wir heute sind, fragt in diesem Cartoon der Sprecher, ob das Mikrodenoid funktioniert. Also die wissenschaftlichen Nachweise waren da. Die Warnungen waren schwerwiegend, gerade auch vor den Kyoto-Verhandlungen. Und da darf ich vielleicht aus der persönlichen Erfahrung noch etwas vortragen. Hier ist das auch in engem Zusammenhang mit dem, was wir heute besprechen. Also ein US-Klimaforscher hat in Belgien damals das Folgende gesagt. Also die Akkumulation von CO2 in der Atmosphäre wird nicht richtig verstanden. Also der Trend wird sich wahrscheinlich nicht fortsetzen, hieß es damals. Und im Gegenteil zu dem, was der IPCC sie glauben machen will, gibt es keine Beobachtung, dass menschliche Tätigkeiten die Erderwärmung befördert hat. Also die Erderwärmung hat überhaupt in den letzten 140 Jahren nur um 0,5 Grad zugenommen. Das ist eigentlich innerhalb der natürlichen Fluktuation anzusiedeln. Die Prognosen stützen sich auf unverivizierte Modelle aus Natur- und Sozialwissenschaften. Also die Klimamodelle sind offensichtlich falsch. Es ist unmöglich, zukünftige Ausfragen des Klimawandels vorherzusagen. Und es wird sehr viele Forschungsanstrengungen und wissenschaftliche Arbeit erfordern. Also das war Dr. Flannery, das war der wissenschaftliche Berater bei Exxon Research and Engineering. Er ist Astrophysiker und er hat Zweifel gesät bei der belgischen Delegation, als es darum ging, die Endverhandlungen der Kyoto-Protokollverhandlung 1997 zu beenden. Also das war bei einem Mittagessen des belgischen Ölverbandes. Dr. Flannery hat ähnlich gesprochen vor einigen Hunderten Lehramtsanwärtern in der Stadt Ghent in Belgien. Also vielleicht ist das eine Erklärung, warum es so lange gedauert hat, dass der IPCC-Bericht überhaupt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und provozieren konnte, so wie man das heute auch sieht. Das ist ein Memo an das Weiße Haus von dem Washington-Büro von Exxon Mobile 2001, just nachdem George Bush ins Amt kam. Und da ging es um die IPCC-Verhandlungen. Und ein wichtiges Element in diesem langen Text ist Ken Watson, er war der IPCC-Vorsitzende, kann der ersetzt werden auf Anfrage der USA, heißt es da. Also Dr. Watson wurde dann im Anschluss tatsächlich da nicht wiedergewählt zum Vorsitzenden. Also ich selbst wäre doch gespannt, was unsere eigenen Erdölunternehmen und ausführenden Unternehmen geschrieben haben, als ich 2015 Vorsitzender werden sollte. Also die USA geben fast eine Milliarde aus pro Jahr, um Zweifel zu sehen bei den verschiedenen klimapolitischen Fragen. Die Argumentation, das hatte ich bereits gesagt, hat sich verändert mit der Zeit. Am Anfang war das überhaupt die Leugnung des Bestehens des Klimawandels und der Erwärmung. Man hat dann auch Zweifel gesehen an der menschlichen Schuldzuweisung und hat Unsicherheiten befördert im Zusammenhang mit der Wissenschaft und Forschung. Man hat gesagt, man muss noch mehr forschen, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Man hat immer wieder auf die hohen Kosten der Dekarbonisierung hingewiesen, dass es keine weiteren Möglichkeiten gibt. Und natürlich immer wieder hingewiesen auf die Nachteile der Alternativen. Das kann man hier auf dem Link auch noch einmal nachlesen. Sie werden die Präsentation bekommen. Also wir kennen das Klimaproblem und die Lösungen. Das reicht schon aus, um dringlich Maßnahmen zu ergreifen. Die Klimaverwirrer strengen sich an. Auch die Lobbyisten der Erdölindustrie möchten das alles verlangsamen. Und ich denke, Gesetzgeber haben hier eine besondere Verantwortung wahrzunehmen. Und ich habe einen einfachen Vorschlag zu unterbreiten. Noch zwei Schaubilder, wenn Sie gestatten. Also der Planet hat quasi Fieber bekommen, hohes Fieber. Die Klimawissenschaftler und der Weltklimarat, die Ärzte des Planeten sozusagen, haben also eine Diagnose gestellt. Eine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Und die Klimaverwirrer möchten die schnelle Dekarbonisierung verhindern. Diese Anstrengungen der Klimaverwirrer sind ähnlich gelagert wie die der Tabaklobbyisten und der Impfgegner-Scharlatane. Also die Fake News sind auch angekommen. Deswegen musste das Europäische Parlament jetzt tätig werden. Und die sozialen Netzwerke, zum Beispiel Guggen und andere Akteure, überzeugen, dass sie eine besondere Verantwortung haben. Dass sie nicht mehr Klima des Informations verbreiten. Also die Menschheit hat immer noch die Wahl. Weiter machen wir jetzt. Das hat großes Leid hervorgebracht oder wird Leid hervorbringen für Ökosysteme und Menschen. Wir ermöglichen zwar eine wärmere Welt, aber eine Welt, wo man sich anpassen kann. Ich habe ein Buch in der französischen Sprache und in der niederländischen Sprache anzubieten. Englisch wird folgen. Wir haben sehr viele Informationen, auch in französischer Sprache. Auch die zweite, die Sie hier sehen, da wird die Präsentation heute online gestellt, wird auch auf der Webseite des Europäischen Parlaments noch zur Verfügung stehen. Da können Sie das alles nochmal nachlesen. Vielen herzlichen Dank. Danke schön, Herr Iperselle. Dieser Vortrag war sehr interessant. Schade, dass Sie nicht gebeten worden sind. Und die US-Delegation bei der Sitzung zum Kyoto-Protokoll zu briefen. Ich war dort. Also ich habe Widerspruch eingelegt. Zumindest die belgische Delegation war gut informiert. Und jetzt hören wir Herrn Karius. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, Ich werde über Klimawandelleugnung sprechen in der Politik. Das ist die offizielle Überschrift. Ja, vielleicht macht das mit den Folien jemand für mich. Es geht um die Leugnung des Klimawandels in der Politik. Aber ich meine eher Parteipolitik als Politik. Und wir stützen uns auf eine Studie über bequeme Wahrheiten. Da kartieren wir die Klimaagenda einer Gruppe von Parteien in Europa. Wir haben dies aus drei Gründen gemacht. Zunächst einmal, wir möchten gerne eine empirische Stelle schaffen, die prüft, ob die Leugnung oder die Verwirrung über Klimafakten etwas mit dem Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament zu tun hat. Wir haben das für die Zukunft betrachtet. 21 Parteien, 19 sind im Europäischen Parlament vertreten. Und wir haben ihr Abstimmungsverhalten zu diesen Paketen betrachtet und möchten zeigen, dass die Anti-Klimawandelreden überall zunehmen, über alle Parteien hinweg. Wir haben Statements der Parteienvertreter, Presseveröffentlichungen analysiert und haben uns vor allem mit dem Wahlverhalten, dem Abstimmungsverhalten beschäftigt. Man kann Klimawandel, Leugnung in drei Gruppen teilen. Einmal gibt es Parteien, die man charakterisieren kann als Leugner von Klimafakten. Sie verleugnen den Trend. Es gäbe keine globale Erwärmung als Trend. Dann Leugnung der Schuldzuweisung. Der Mensch hat damit nichts zu tun. Dann Leugnung der Auswirkungen. Das CO2 sich nämlich auswirkt auf die Natur, aber auch auf Wirtschaft und Gesellschaft. Dann gibt es eine etwas vorsichtigere Gruppe unter diesen 21 Parteien. Das war eine Gruppe von elf und damit die größte. Die verlässt sich kaum auf Klimawissenschaft. Ihr Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament ist gemischt gewesen, ist also sehr uneinheitlich. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die nachdrücklicher Eintritt für Klimaaktionen tritt aber im eigenen Land anders auf. Also die Verleugnung der klimawissenschaftlichen Fakten geht einher mit einem gewissen Verständnis dafür, wie die Gesellschaft funktioniert und was die Gesellschaft ausmacht. Also noch einmal zu den drei Typen etwas genauer und diese Zitate ordnen wir keinen Fraktionen im Parlament zu. Man hat mich darum gebeten. Also zunächst einmal Verleugnung des Trends, dass die Schwankungen im Klima über mehr als ein Jahrhundert Ergebnis klimatischer Schwankungen und von Wärmeschwankungen sind. Also keiner hätte überzeugen können davon, dass der Mensch schuld ist an der Erwärmung. Es werden einfach Fakten angezweifelt und das wird verbunden mit Ideologien und mit Verhaltensweisen. Zweitens, Schuldrückweisung. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen mehr CO2 in der Atmosphäre und globaler Erwärmung. Und drittens, Verleugnung der Wirkungen. Die Regierungen sagen sogar, dass CO2 zum Pflanzenwachstum und damit zur globalen Ernährung beitrage. Zweite Kategorie derjenigen, die sich einfach nur vorsichtig verhalten. Es gibt drei Argumentationstypen, Fakten versus Glauben oder Ideologie. Diese Leute sagen, ich bin kein Klimawissenschaftler. Kein Politiker ist wohl Klimawissenschaftler, kann aber trotzdem eine Position beziehen. Ja, die Menschen tragen vielleicht zum Klimawandel bei, aber ich kann das nicht messen. Also Klimawissenschaft kann man mit vielen anderen politischen Bereichen vergleichen. Meistens gibt es viel Konsens über die Fakten. Also es gibt eigentlich einen Konsens IPTC, stellt sehr viel Konsens her. Dann wird argumentiert, dass das Erdklima sich im Laufe der Zeit wandle und wir zu wenig wissen über diese Wirkungen. Und dass wir gar nicht wissen, was der Dominoeffekt auf Wirtschaften und Gesellschaft sein könnte, dieses Klimawandels. Und dann wird gesagt, es ist alles eine Manipulation von denen, die Geld haben und wirtschaftliche Interessen verfolgen. Es gibt keine echte Klimawandelwissenschaft. Das sind alles nur Verschwörungen. Und viertes Argument in dieser Gruppe, die keine klare Haltung zum Klimawandel bezieht, ist, dass Klimawandelpolitik sogar den Wirtschaften schadet und die Wirkung des Klimawandels nur da reduziert werden sollten, wo es am günstigsten ist. Also man muss natürlich CO2-Ausstoß bekämpfen, aber auf möglichst wirtschaftliche Weise. Und die dritte Gruppe, das sind diejenigen, die den Klimawandel zugeben, die für Klima- und Energiepakete im Europäischen Parlament stimmen. Die kann man als progressiv, aber doch auch sehr nationalistisch betrachten. Sie denken vor allem an die Wirkungen auf die eigene nationale Wirtschaft. Was kann man tun, um erneuerbare Energien zu fördern? Kann man damit die eigene Volkswirtschaft wettbewerbsfähiger machen und damit dem eigenen Volk besser dienen? Einige Fraktionen waren sich auch einig darüber, dass das Pariser Übereinkommen ein Durchbruch war in Bezug auf mehr Verantwortung für unsere Zukunft. Also da haben wir zwei Gruppierungen bei dem Klimawandel bejahen, die Globalisten und die Nationalisten. Die Frage ist, wie man nun mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen umgeht und ob man daraus Politik macht. Wir haben uns den Rahmen angeschaut, den Fraktionen verwenden, um Klimawandelpolitik zu beschreiben. Manchmal gibt es eine ideologische oder moralische Gewichtung in eine Richtung, die die Klimarisiken sozusagen umrahmt. Jetzt möchte ich ein paar Minuten verwenden auf vier verschiedene Argumente. Einmal, Klimapolitik ist wirtschaftlich ungünstig, sie ist sozial ungerecht, sie scheidet sogar der Umwelt und der biologischen Vielfalt. Zweitens mal, Klimawandel, Klimapolitik sei ineffizient und nicht rechtens. Jetzt erstens, schlecht für die Wirtschaft, schlecht für die Emissionsstandards, der Lebensstandard würde verringert. Die Wirtschaft müsse zu viel Geld dafür aufbringen. Die Bürger müssten zu viel Geld ausgeben. Die Wirtschaft würde vergiftet. Das Wirtschaftswachstum würde behindert. Es sind immer Kostenargumente. In dieser Argumentation wird nie eine Kosten-Nutzen-Analyse angestellt. Wir möchten investieren in eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Aber diese Gruppe denkt nicht darüber nach, was man investieren muss, um den Wandel, für den das Pariser Übereinkommen plädiert, zustande zu bringen. Zweites Argument lautet ja, dass Klimapolitik sozial ungerecht sei, dass dadurch die Energiepreise steigen würden, was gerade für ärmere Haushalte sehr schlimm wäre. Also wenn man einzelne Klimamaßnahmen nicht einbette in Reformen für soziale Gerechtigkeit oder Begleitmaßnahmen, würden wieder die Ärmsten am stärksten betroffen. Leute, die weder Arbeit noch Brot haben und die politischen Eliten würden sich die Hände reiben vor Freude. Eine Klimapolitik würde also das Sozialgefüge gefährden. Drittes Argument, Klimapolitik sei sogar umweltschädlich. Würde sich negativ auf die nationalen Umwelt- und Kulturlandschaften auswirken, hässliche Windturbinen zum Nachteil der Landwirtschaft und zur Schönheit der Landschaft. Viertes Argument, Klimamaßnahmen seien politisch ineffizient. Besonders einseitige Klimamaßnahmen würden nichts bringen im Vergleich zu den großen Verursachern wie China und Indien. Unser Ausstoß würde nur einen Bruchteil der Gesamtinvestitionen ausmachen. Also es müssten vor allem die großen Wirtschaften in die Verantwortung genommen werden, aber andere große Wirtschaften müssten in erster Linie ihren Aufgaben nachkommen. Und nur Nationen seien legitimiert, etwas zu unternehmen. Wir haben uns auch die politischen Risiken dieses Argumentes angeschaut. Es gibt drei Dinge, die zu bedenken sind. Erstens, als wir nach Parteipolitik fragten und wie man sich mit Klimawissenschaft und Risiken auseinandersetzt, so wird häufig auf die liberale Demokratie und die Funktionsweise der Gesellschaft gesprochen. Häufig findet man parteiliche Positionen, die liberale Gedanken mit einbeziehen über die Organisation und das soziale Gefüge der Gesellschaft. Man denkt hier vor allem an Migrationspolitik und Steuerung der Migration. Man fürchtet, dass hier Fake News in die Debatte gebracht werden könnten, um die Öffentlichkeit ruhig zu stellen. Das haben wir kürzlich gesehen, als das Europäische Parlament eine Umfrage über die kommenden Europawahlen veröffentlichte. 25 Prozent der EU-Parlamentarier könnten Parteien angehören, die Klimaskeptiker sind. Wir haben klimaskeptische Parteien im konservativen und rechten Spektrum, die breit vertreten sind in der EU der 27 oder 28. Dann haben wir Beobachtungen der Kommission, des Twitter-Verkehrs und der anderen sozialen Medien, wonach es eine Verlagerung von der Migration zum Klimawandel als Thema gibt. Wenn man sich das Abstimmungsverhalten anschaut, wenn man sich die Parteiprogramme oder Fraktionsprogramme derer anschaut, die sagen, dass es keinen Klimawandel gäbe oder keinen anthropogenen Einfluss, so haben die eine bestimmte Auffassung von der Politikgestaltung. Wenn man das mit anderen politischen Bereichen vergleicht, so muss man sich im Bereich Klima vor allem auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Klima bezieht sich auf eine Betrachtung vieler, vieler Jahrzehnte und auch dann ist es noch unsicher. In Anbetracht der Unsicherheit, in Anbetracht des Wandels, wenn man einen Nullausstoß- oder Niedrigausstoßwirtschaft möchte, dann muss viel diskutiert werden. Das geschieht im öffentlichen Raum, aufgrund des Austausches mit der zivilen Gesellschaft, mit den Wissenschaftlern und der Industrie. Aber das Forum, das wir wirklich brauchen, sind die nationalen Parlamente oder natürlich auch das Europäische Parlament. Ein drittes Argument ist, dass wir die Bürger und die zivile Gesellschaft mit einbeziehen müssen. Fiertes Argument, dass wir uns auf Supranationalismus und Multilateralismus verlassen müssen, dass wir alleine sowieso nichts erreichen können und dass wir dazu eine unabhängige Gerichtsbarkeit und eine freie Presse brauchen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das war ein sehr interessanter Beitrag. Jetzt Ihre Fragen an die beiden Panelredner. Wir haben 15 Minuten für Fragen und Antworten. Bitte sehr. Jetzt erst einmal die Mitglieder, bitte. Frau Ocker. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Präsentation, weil es ist aber auch ein bisschen deprimierend, weil als der erste Bericht vom IPCC rauskam, 1999 war ich im dänischen Parlament. Ja, gab es eine große Debatte darüber im Oktober. Wir haben darüber abgestimmt. Und wenn wir es jetzt schauen, ja, letzten Endes ist es doch genau die gleiche Situation. Wir sind jetzt von 85 Prozent Sicherheit auf 99 Prozent Sicherheit hochgegangen, was jetzt die Vorhersage der Konsequenzen angeht. Aber sagen wir mal, die Verwirrung, nicht die Verleugnung, so wie Sie es jetzt bevorzugen, Verwirrung, ja, das ist ja zurückzuführen auf den mangelnden politischen Willen. Es liegt jetzt nicht an dem Problem, dass die Kenntnisse nicht vorliegen würden. Mein Bruder war damals auch beteiligt an der dänischen Regierung. Der wurde von den Unternehmen angeprangert, also nicht von den Menschen, dass es hier jetzt um den Lebensstandard geht und so weiter und so fort, sondern man hat ihn wirklich angeprangert, dass er also hier aufhören sollte, die Unternehmen zu stören, auch im Zusammenhang mit dem Kyoto-Protokoll Ratifizierung von Vereinten Staaten. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, was denn jetzt gerade passiert. Wir haben ja nun, also auch die Generation meiner Kinder, die machen ja eigentlich nichts, aber meine Enkel, die sind jetzt auf der Straße. Und ich finde, wir sollten alles tun. Also diejenigen, die jetzt auch sagen, dass wir hier, ja, das Ganze in den Schulen unterrichten sollten, für Bildung sorgen sollten. Also da können wir jetzt auch nicht irgendwelche Migranten, Kinder als nicht gut ausgebildet bezeichnen. Aber es geht jetzt nicht um die Schulen, sondern es geht ja auch darum, dass wir wirklich sehr gut ausgebildete Wissenschaftler haben, dass wir Politiker haben. Wir haben also die ganzen Daten vorliegen. Wir wissen das seit ganz, ganz langer Zeit. Und es wird immer, aber immer das Gleiche gesagt. Ja, wir müssen realistisch sein. Also wir hören es ja nun schon seit 30 Jahren, diesen Diskurs. Und ich denke, es wäre sehr hilfreich, wenn all diejenigen, die sich einmal aus wissenschaftlicher Sicht damit beschäftigt haben, den jungen Menschen helfen könnten, damit sie eine stärkere Wirkung bekommen, einen größeren Druck auf uns aufbauen, dass sich was tut. Weil, wie gesagt, die Zeit läuft uns davon. Wir sagen es ja schon seit 30 Jahren, aber jetzt ist es vielleicht wirklich so weit, dass uns die Zeit davonläuft. Vielen Dank. Frau Walina, ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an die Referenten für ihre Vorträge. Ich frage mich immer, wenn wir eine solche Debatte dazu führen. Ja, 2017, da haben wir ja nun alle auch die Zahlen vorliegen. 207 Aktivisten sind umgebracht worden in ihrem Kampf gegen die Mächte, die von der Zerstörung der Umwelt profitieren. Aber was mir jetzt auffällt, ist ja immer, wenn wir davon sprechen, also wir sprechen ja hier von der Zerstörung der Umwelt, Ja, da geht es doch auch um die Waffenindustrie und die wird nie angesprochen. Vor einem Jahr hat jetzt Trump das Anti-Atom-Abkommen mit Iran blockiert, jetzt das Gleiche mit Russland. Und gleichzeitig werden zwei Milliarden Dollar investiert, um neue Atombomben herzustellen, damit wir sozusagen die Welt sicherer machen. Also so behauptet er das. Man spricht auch nicht von den Kriegen, die es gibt in Afghanistan, Syrien, Sudan, Libyen, Jemen. Also da sind ja nun auch die Leben von mehr als 150 Millionen Menschen zerstört worden. Und man spricht auch nicht von der Zerstörung des Lebensraums der Palästinenser, die hier täglich bombardiert werden. Das ist eine ökologische Katastrophe, wenn man einmal anschaut, auch wie die landwirtschaftlichen Betriebe, Olivenbäume und die Umwelt zerstört wird im Gasstreifen. Und das Wasser dieser zerstörten Infrastruktur, all das fließt dann letzten Endes ins Mittelmeer. Dann haben wir auch von den Wäldern in Vietnam gesprochen. Und dann haben wir das Gasangriffe, die es dort gegeben hat. Ja, 44 Jahre später haben wir immer noch Kinder, die blind geboren werden oder mit verschiedenen anderen Behinderungen. Und wir sehen auch, dass die Kriege letzten Endes zu Vertreibung von Bevölkerung führen, dass die Umwelt durch die Kriege zerstört wird. Wasser wird verschmutzt, Wälder werden zerstört. Wir hatten ja hier 776 Ölebrände im Irak während des Irak-Krieges. Da müssen wir uns auch einmal noch daran erinnern, die Ölgewinnungsstellen, die haben ja monatelang gebrannt. Da ist der ganze Rauch in die Atmosphäre abgezogen, es gab sauren Regen. Also das Ganze hat ja auch für die Bewohner in diesen Gegenden unglaubliche Auswirkungen. Dann haben wir zum Beispiel 320 Tonnen angereichertes Uranium, das die Vereinigten Staaten hier als Atommüll verscharrt haben. Und das hatte letzten Endes dann Auswirkungen auf die Bevölkerung. Sehr viele behinderte Kinder sind geboren worden. Umwelt ist verschmutzt worden. Und wir sehen letzten Endes, dass all das dann auch zur Zerstörung der Umwelt führt. In Myanmar, in Burma, ja, da wird die gleiche Taktik gegen die Ruinias verwendet. Also man zerstört die Umwelt, ihre landwirtschaftlichen Anbauflächen. Und ich denke, wenn wir hier jetzt uns einmal mit Umweltfragen befassen und auch wie man das Ganze regulieren soll, dann muss man das hier auch berücksichtigen. Und ich denke, den Umweltschutzaktivisten sollte sich auch die Friedensbewegung anschließen. Weil hier geht es ja nun wirklich auch darum, dass man verbietet, dass Waffen hergestellt werden. Weil sämtliche Arten von Bomben, die man herstellen kann, werden ja in keinem Fall zum Umweltschutz beitragen. Und ich denke, da müssen wir auch ansetzen. Und das ist auch eine ganz große Ursache für die Umweltzerstörung. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren jetzt hier die letzten beiden Fragen. Ich würde jetzt aber auch die Nächsten, die sich melden, darum bitten, sich kürzer zu fassen, damit noch mehr Fragen gestellt werden können. Und interessant ist ja auch die Antworten dann zu hören. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Ganz herzlichen Dank an Herrn Professor van Ipersele und auch an Herrn Karius für diesen klaren Überblick. Es tut mir jetzt leid. Ich habe hier doch auch einiges wiedererkannt in Ihren PowerPoint-Folien. Und meine Frage bezieht sich jetzt nicht so sehr auf die Analyse dessen, was jetzt eigentlich passiert, auch was Bedeutung, also Verleugnung des Klimawandels hier bedeutet. Ich sehe ja auch, dass Sie in Ihren Präsentationen Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Ich sehe jetzt diese ganze Bewegung der Verleugnung des Klimawandels als eine Koalition. Also zum einen haben wir hier Lobbyisten, die sich für ihre Interessen einsetzen, insbesondere im Bereich der Industrie, die mit fossilen Brennstoffen arbeitet. Und dann Politiker, Politiker, die die Arbeit der Lobbyisten ausnutzen, um dann öffentliche Unterstützung für ihre Positionen zu bekommen. Und oftmals Dinge propagieren, die sie letzten Endes selbst nicht glauben. Aber sie sehen da einen Gewinn für sich. Und wenn man jetzt die Menschen, die täglich den Auswirkungen des Klimawandels ausgesetzt sind, fragt ja, die sagen, zum Beispiel Landwirte, die sagen dann oft, sie können sich nicht vorstellen, dass es mit dem Klimawandel zu tun hat, obwohl sie tagtäglich sehen, dass es zum Beispiel längere Trockenzeiten gibt und sich die Jahreszeiten geändert haben. Also das ist wirklich schwierig. Und meine Frage ist jetzt, hier geht es ja nicht jetzt um Politik oder um etwas Rationales. Hier geht es ja auch um Gefühle. Es geht um Emotionen, Psychologie, weil es ist natürlich viel einfacher für die Menschen, zu glauben, dass es so etwas wie den Klimawandel nicht gibt, als sich tatsächlich mit diesem großen Thema Klimawandel und was passiert mit unserem Klima auseinanderzusetzen. Meine Frage ist also vielleicht sehr allgemein gehalten. Wie können Sie sich jetzt vorstellen, dass man diese Verleugnung des Klimawandels, sagen wir mal, dass man besser dagegen aus emotionaler Sicht vorgehen kann, nicht aus rationaler Sicht, sondern diese, sagen wir mal, Leugner damit konfrontieren kann, dass wir ja alle die Fakten kennen. Also das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber ich glaube, das ist die Schlüsselfrage. Ganz herzlichen Dank. Also fassen Sie sich bitte etwas kürzer, Herr Häusling. Herr Häusling, bitte. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Man kann ja sagen, 30 Jahre wissen wir es. 30 Jahre ist es ja eigentlich weniger von der Politik geleugnet worden, als ist schlichtweg ignoriert worden. Vielleicht in der Hoffnung, es passiert irgendein Wunder. Aber ignorieren ist ja fast genauso schlimm wie das Klimaleugnen oder Klimaverwirrer, wie Sie es genannt haben. Jetzt ist natürlich, ich habe ja eine Hoffnung. Und zwar sind ja letztes Wochenende wirklich, ja, Millionen auf der Welt zu jungen Generationen auf die Straße gegangen und haben gesagt, ihr verkauft unsere Zukunft. Und dieser Druck von unten ist ja wirklich was Neues. Wann haben wir es weltweit gesehen, dass eine Bewegung zustande kommt und wirklich was einfordert von der Politik? Ich glaube, da können wir uns, das können wir gar nicht mehr ignorieren, in gar keiner Weise. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, und da braucht man gar nicht weit zu schauen, auch in Europa, dass es auch in Europa Regierungen gibt, die auf einem ganz anderen Weg sind. Ist ja nicht nur Donald Trump oder Bolsonaro, oder können wir auch europäische Regierungen nennen, die ja auch mittlerweile fast offiziell zu den Klimaverwirrern gehören. Also wir haben ja einen gegenteiligen Trend. Gestern haben sich ja Bolsonaro und Herr Trump getroffen und gefeiert, dass die Klimaverwirrer ja zwei große Länder regieren, deren Aussteigen aus dem Weltklimavertrag ja eine ziemliche Katastrophe ist. Aber jetzt auf nochmal ganz konkret die Rolle von Europa. Wir haben es ja erlebt, dass auf der Konferenz von Katowice Europa zwar verbal vorne dran war und verbal schon eine führende Rolle eingenommen hat, aber wir alle wissen ja auch, dass das, was wir als Ziele formuliert haben und die Europäische Kommission und die Mitgliedsländer nicht ausreicht. Haben wir eigentlich realistisch eine Chance, wenn Europa nochmal richtig durchstartet, dass wir vorne dran sind und dass wir die Klimaziele bis 2050 wirklich noch erreichen? Wir haben jetzt 30 Jahre verloren, aber ist es bei den optimistischen Annahmen realistisch möglich, dass wir bis zum Jahr 2050 eine CO2-freie Politik haben? Da würde ich Sie gerne um eine Antwort bitten, weil es auch für uns immer wird immer schwerer als Politiker zu sagen, wir haben noch Hoffnung. Ich würde diese Hoffnung gerne weitergeben und hoffe, Sie geben uns eine positive Antwort, dass wir es noch erreichen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Herr García. Frau García, Verzeihung. Ja, guten Tag. Ich möchte mich ganz besonders bei unseren Referenten hier für Ihre Beiträge bedanken. Sie haben uns ja jetzt hier etwas nahegebracht. Das hat ja jetzt auch einer der Vorredner schon gesagt, das ja eigentlich sehr bekannt ist. Also die Gesellschaft weiß mehrheitlich um den Klimawandel, aber es werden trotzdem nicht die geeigneten Maßnahmen ergriffen und man tut nicht wirklich etwas dagegen. Und ich denke, wir sind hier alle verantwortlich dafür. Natürlich auch die Politiker, die wir hier gewählt worden sind. Und wir sind, sagen wir mal, noch etwas stärker in der Verantwortung als die Bevölkerung. Aber wenn wir uns das jetzt hier einmal anschauen, Klimawandel, das sind ja Fakten, das sind Daten. Da weiß man seit langer Zeit, dass es dringend ist, Maßnahmen zu ergreifen. All das ist bekannt. Das wissen auch die Menschen. Die Daten liegen auf dem Tisch. Die kennt man. Und die möchte eigentlich auch keiner verleugnen. Aber da gibt es natürlich dann strategische Positionen aus der Sicht der Beschäftigung, aus der Sicht der Wirtschaft. Dann gibt es wiederum den Einfluss und den Druck, der von verschiedenen Verbänden, Industrieverbänden aufgebaut wird. Aber wir müssen uns jetzt natürlich auch fragen, weshalb. Wir haben ja nun die fortschrittlichsten Gesellschaften. Da geht man ja davon eigentlich aus, dass sie dann auch die beste Bildung haben, am meisten darüber Bescheid wissen. Warum, sagen wir mal, fällt es diesen Gesellschaften so schwer, hier etwas zu tun? Weil wir müssen ja sehen, in ärmeren Staaten, wo die Menschen Hunger leiden, ja, letzten Endes gibt es dort ganz andere Prioritäten. Und ich denke, es ist ein großer Verdienst, dass die Jugend jetzt so sensibilisiert ist und dass sie hier Alarm schlagen, dass sie hier auch wirklich an die herantreten, die die Entscheidung treffen können, dass was getan wird, weil sie sonst keine Zukunft haben werden. Aber das betrifft uns alle. Wir müssen uns wirklich in unserem Lebensstil, in unserem bequemen Lebensstil, Gedanken machen. Überlegen, wie oft wir die Heizung einschalten. Also alles das, was uns unsere Lebensqualität, unseren Komfort gibt. Ja, sind wir denn, wenn davon gesprochen wird, eigentlich auch wirklich bereit, etwas von diesem bequemen Lebensstil aufzugeben, auf etwas zu verzichten, wenn hier Entscheidungen getroffen werden? Also darum geht es mir. Was haben Sie da für einen Eindruck? Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wollte jetzt hier auch nicht, ja, Sie sozusagen mit dem Hammer abwürgen, aber wir müssen uns kurz fassen. Ja, ich möchte ganz gerne auch noch eine Frage stellen. Ich denke, wir haben jetzt hier eine Parallele. Denken wir doch mal an die Tabakindustrie. Es gab ja auch sehr, sehr viele medizinische Daten und Fakten, die auf der Hand lagen, um nachzuweisen, dass Rauchen Krebs verursachte. Und ich denke, da müssen wir mal schauen, was haben wir denn aus der Erfahrung hier gelernt? Also wie hat sich die Tabakindustrie damals gewirrt? Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt Frau Beuland. Ja, vielen Dank. Ich mache es ganz kurz. Ich wollte nämlich einige prägnante Fragen stellen. Wir haben ja jetzt gesehen, hier Gegenüberstellung Klimastandel und Verleugnung des Klimastandwandels. Und jetzt sehen wir ja, dass sich hier was geändert hat. Also Exxon jetzt zum Beispiel, die setzen jetzt auf Verzögerung. Die wollen sozusagen alles nach hinten schieben. Und letzten Endes geht es jetzt darum, dass man sozusagen das Geld jetzt in Richtung Gas und Besteuerung für CO2-Emissionen ausgeben möchte, um hier sozusagen etwas zu erzielen. Aber letzten Endes ist ja nur eine zeitliche Verzögerung, ein Hinausschieben der definitiven Maßnahmen. Und da würde ich ganz gerne nachfragen. Und wie können wir jetzt, sagen wir mal, im jetzigen Modell, wo der Schwerpunkt auf den CO2-Emissionen liegt, verschieben hin zu einem, wo wir dann auch wirklich eine Regelung haben, auch wann, bis wann fossile Brennstoffe ja dann auslaufen werden, dass man das nicht mehr nutzen kann. Dann die dritte Frage ist, soziale Medien. Wir haben jetzt auch gesehen, wie was für einen Schaden soziale Medien im Bereich Impfung angerichtet haben. Und es wäre ganz gut, wenn Sie das etwas näher ausführen könnten. Was könnte denn die EU tun, um hier diesen Aspekt soziale Medien anzugehen, dass man hier vielleicht auch gegen diese Giganten vorgeht, sie vielleicht etwas aufbricht oder hier auch eine strengere Regelung vorgibt? Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das hier angesprochen werden muss. Jetzt Frau Mewi. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Zu den offensichtlichen Maßnahmen bestimmter Lobbys des Industriesektors. Ich denke an Kohle, Öl und Gas. Sie haben die Klimapolitik global sehr stark geschwächt. Und ich denke an ein System von Austausch von Kunden auf den Finanzmärkten, wo es ja um Ausstoßrechte geht. Das ist eine Art Ursünde. Da stecken wir fest, weil wir immer diesen Weg weiter bestreiten. Vielleicht müssen wir einfach mal zugeben, dass diese Ausstoßrechte der falsche Weg waren. Und da müssen wir auch an das Kyoto-Protokoll denken. Wie gesagt, das war eine Ursünde. Die Industrie und die Lobby haben hier ihr ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen, damit dieses Instrument der Ausstoßrechte zu einem wesentlichen Instrument wird. Ich denke hier an IPPC. Und Frau Ebsere und Herr Ebsere war ja auch dabei. Sie alle haben erfahren, wie stark die Lobby ist. Wir brauchen eine völlig unabhängige Wissenschaft. Vielen, vielen Dank für die Fragen. Jetzt möchte ich das Wort wieder an unsere Sachverständigen für die Beantwortung geben. Und ich würde sagen, jeder so drei Minuten für seine Antworten und Kommentare. Das ist jetzt eine große Herausforderung, das unter drei Minuten zu schaffen. Ich probiere es aber mal. Dann kann ich vielleicht nicht auf jeden einzelnen Aspekt der Fragen und auch Erklärungen eingehen, wenn ich mich kurz fassen muss. Aber nun gut. In mehreren Fragen ging es um die Hoffnung, die noch besteht. Der Weltklimarat hat im jüngsten Bericht eins deutlich gesagt, der 1,5 Sonderbericht, also 1,5 Grad Celsius Sonderbericht. Geophysisch ist es nicht unmöglich, unter 1,5 Grad Celsius zu bleiben. Mit Maßnahmen, mit entsprechenden Technologien, mit Politiken, mit Verhaltenswandel können wir Emissionen soweit nötig senken. Auf dem Papier nach dem Weltklimarat ist es möglich, damit unter 1,5 Grad Celsius Erwärmung zu bleiben. Aber eines fehlt ganz klar. Das steht da quasi mit unsichtbarer Tinte, also der politische Wille. Tatsächlich all diese Maßnahmen umzusetzen, fehlt noch, um das möglich zu machen. Und da setzen die Klimaverwirrer eben an. Sie unterminieren den politischen Willen, der vielleicht bestünde. Denn wenn man natürlich gar nicht überzeugt ist, dass es ein Problem gibt, ein großes Problem gibt, das gelöst werden muss, wenn man auch gar nicht überzeugt ist, dass die Lösungen wirklich auch schon bereit liegen, zur Verfügung stehen, auch Chancen bieten, um andere Probleme zu lösen, zum Beispiel auch nachhaltige Entwicklungstilien, dann wird man nicht schnell genug handeln. Was können wir nun tun? Das ist ja auch eine sehr wichtige Frage. Also verbesserte Transparenz über Anstrengungen und wie diese finanziert werden. Also 900 Millionen Dollar, fast eine Milliarde Dollar jährlich wird in den USA ausgegeben für solche Tätigkeiten der Klimaverwirrer. Denn da gibt es den Freedom of Information Act, also ein Gesetz zu informationsfreien Journalisten und Akademiker können Zugang bekommen zu diesen Daten. Also ich weiß es jetzt nicht genau. Herr Brand wird uns vielleicht mehr dazu sagen. Also Sie haben auch einen Zugang zu den gleichen Informationen in der EU. Also vielleicht muss man da auch ansetzen. Gleiches gilt auch für die Regeln der Wahlkampffinanzierung für politische Entscheidungsregel. Also Transparenz darüber, wo die Gelder herkommen. Wo fließen Gelder in Kampagnen dieser Lobbyisten? Das würde bestimmt schon ein guter Beitrag sein. Die sozialen Netzwerke. Das ist jetzt nicht meine Rolle. Tipps zu geben, wie man mit ihnen umgeht. Aber heute habe ich gerade im Radio gehört, dass ein US-Vertreter gestern oder vor zwei Tagen ein Schreiben geschickt hat an die großen GAFA-Unternehmen, um sie hinzuweisen auf ihre Verantwortung bei der Bewegung der Impfgegner. Und das hat sehr schnell Wirkung gezeitigt. Also Google, YouTube und andere haben sehr schnell beschlossen, diese Filmchen von Impfgegnern von Werbeeinnahmen abzukoppeln. Also sie haben das sehr schnell tun können, schnell reagieren können, einfach ein Schreiben eines Abgeordneten des Abgeordnetenhauses in den USA. Also das ging ganz schnell. Da kann ja ähnlich auch bei uns angesetzt werden. Und hier geht es ja um das Leben. Es geht auch um die Gesundheit aller Lebewesen auf unserer Erde. Und vorhin wurde die Parallele gezogen zur Tabakindustrie. Ich denke, das zweite Panel wird das auch ansprechen. Also ich habe jetzt nicht auf alle Fragen geantwortet, aber vielleicht auch die wichtigsten. Der Kollege wird vielleicht auch noch was dazu sagen haben. Dankeschön, Herr Iberselle. Herr Karima, bitte. Ja, zu Analysen wurde ich befragt. Zu den Empfehlungen kann sich jeder nochmal zugrunde. Die dänische Kollegin hat argumentiert, dass man politischen Willen stützen muss. Wir machen ja immer einen Fehler. Wir konzentrieren uns zu sehr auf Klimaskeptiker und Klimaverwirrer. Was ist denn schlimmer? Sollen wir die Klimafakten ignorieren? Sollen wir sie anerkennen? Aber dann werden wir trotzdem nicht politisch tätig. Darum geht es. Also es gibt ja auch eine Argumentation, die sagt, es gibt keine Klimapolitik. Und dann hätten wir ja in den letzten 30 Jahren unsere Situation verbessert. Mein grundlegendes Argument hängt zusammen mit der Frage, können wir das emotionaler Formulierung sagen? Also der Diskurs der Klimaskeptiker ist so gestaltet, dass bestimmte Teile der Gesellschaft und der Wirtschaft betroffen werden. Also da werden die Kosten als Argument herangezogen. Und wir wollen eigentlich transformativen Wandel alles verändern in der Produktion, im Konsum, in der Mobilität. Wie können wir die Umwelt gestanden? Also das ist dann eine Modernisierung, ein Modernisierungsnarrativ. Wettbewerbsfähigkeit, Gesundheit, Verbesserung der landwirtschaftlichen Erzeugung, Sicherheit der Produkte, der landwirtschaftlichen Produkte und so weiter. Das muss das neue Narrativ werden. Insgesamt das Narrativ der Lebensqualität. Und dem gegenüber muss man die Kosten setzen. Die Kosten, die im Zusammenhang stehen mit Klimarisiken 2017, wurden in der EU auf 283 Milliarden Euro geschätzt. Allein in der EU. Also das ist eigentlich mehr als das gesamte BIP mancher Mitgliedstaaten. Also die Kosten sind das eine. Aber das wäre vielleicht auch ein gutes Argument, was es kostet, nicht tätig zu werden. Also wenn zum Beispiel jemand in der Landwirtschaft tätig ist, um ihn zu überzeugen. Zweites Argument. Und da würde ich empfehlen, auch da die Kommunikation zu ändern über die Klimaforschung, über Klimawissenschaft. Das ist abstrakt, komplex. Für viele ist es sehr, sehr schwierig, das zu verstehen und nachzuvollziehen. Und ich beobachte jetzt so ein bisschen seit einigen Jahren zumindest, insbesondere mit wachsenden Auswirkungen, die Klimaverwirrung auf Politik haben. Also Sie denken darüber nach, wie Sie besser argumentieren als die Forschergemeinschaft für die Öffentlichkeit. Und das kann man auf vielerlei Art und Weise machen. Also wie gestaltet man Forschung, transparenter, angewandter sozusagen. Also welche Fragen möchte man wissenschaftlich angehen? Möchte man da auch Menschen beteiligen und befragen, ob das überhaupt die richtigen Fragen sind, die hier behandelt werden? Und dann Fridays for Future, Freitage für die Zukunft. Das ist ein interessantes Phänomen. Das schafft wirklich Druck auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch viel Hoffnung. Und ich glaube, aus der Klimaforschung müssen wir Schüler und Studenten informieren. Das ist die neue Kraft, die jetzt aber auch Desinformation verbreitet, insbesondere anderen Jugendlichen gegenüber. Also da müssen wir quasi auch eine Bewegung Science for Future ins Leben rufen, parallel zu Fridays for Future. Manche Institutionen tun das bereits. Zweitens, schlicht Wort Medien. Da müssen wir wirklich die Medien aufmerksam prüfen, was für Informationen greifen sie auf und verbreiten sie. Also im IPPC sind wir uns zu 97 Prozent einig. Und wenn wir das in den Medien prüfen, dann sehen wir, die greifen diesen Konsens nicht auf, sondern sie springen einfach nur auf den Skepsisismus auf. Also sagen, ich glaube oder einzelne Wissenschaftler glauben, aber das ist eigentlich nicht der richtige Standpunkt und nicht die richtige Darstellung dessen, was da passiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und drittens, ganz, ganz schnell noch. Also das Bildungssystem. Ist das denn bereit für diesen Enthusiasmus der Jugendlichen jetzt? Also da sind Lehrpläne so streng gefasst, dass man dort einfach nur sagt, ja, Kinder müssen wieder auf die Schulbank, weil sie da einfach sein müssen. Das ist wenig inspirierend. Letztes Argument. Da muss ich nochmal die Frage der Waffen und Munition aufgreifen, also eigentlich die gesamte Rüstungsbranche. Da gibt es auch ein anderes Argument, insbesondere hier in Brüssel, nämlich Klimadiplomatie, gerade hier in Brüssel. Das könnte langfristige Auswirkungen haben. Also solche Klimarisiken und Klimakatastrophen können sich destabilisierend auswirken, auch auf Ökosysteme und auf Länder. Syrien. Da wurde ja argumentiert, also der Ursprung des Bürgerkrieges und des Krieges war eigentlich eine Fünfjahresdürre, die dann wirklich sehr komplexe Auswirkungen hatte. Das kann ich jetzt nicht im Detail erklären, aber eben Frau Mogherini hat im letzten Juni hier in Brüssel eine Konferenz abgehalten zu Klima, Frieden und Sicherheit. Und ich denke, das sollte auch einfließen in die europäische Außenpolitik. Da könnte man noch an vielen Fronten ansetzen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für diese Anmerkungen. Damit ändert unser Beitrag vom Umweltausschuss bei dieser Veranstaltung. Also es soll nicht der Eindruck bestehen, dass wir nichts getan haben. Das Parlament hat an vielen Gesetzgebungsdossiers gearbeitet, in vielen Bereichen, um Klimawandel zu bekämpfen. Wir haben die Klimadiplomatie verstärkt aufgegriffen. Hier arbeiten wirklich viele Abgeordnete intensiv und engagiert, um Menschen zu inspirieren, zu motivieren. Die Europäische Kommission hat viel unternommen. Vielleicht reicht das nicht. Natürlich reicht es nicht. Aber ich bin sicher, dass das nächste Parlament diese Arbeit auch aufgreifen und fortführen wird. Aber große Schritte wurden unternommen. Und da darf ich den Kollegen ganz, ganz herzlich danken, die sich hier engagiert eingebracht haben in den letzten Jahren. Ich bin sicher, die Kollegen in der neuen Legislaturperiode werden das aufgreifen und fortführen können. Vielen Dank. Jetzt möchte ich dem Kollegen aus dem Petitionsausschuss das Wort erteilen. Dann wird das Podium fortgeführt. Ja, danke schön. Bevor ich weitermache mit den Panelisten, gebe ich Ihnen das Wort. Und wo sitzt der Petent, die Petentin? Herzlich willkommen. Sie haben jetzt fünf Minuten Zeit. Danke schön, Herr Vorsitzender. Vor vor zwei Jahren, als der Skandal über den Exxon Mobil Klimawandel-Skandal an die Öffentlichkeit geriet, habe ich eine Petition unterstützt von Hunderten von Bürgern geschrieben. Wir wollten, dass das Parlament für sein Exxon, für seine Lügen in Europa verantwortlich macht. Dank vieler MEPs sind wir hier zum Thema fossile Brennstoffe und Überleben der Menschheit und Klimawandel. Also, die MEPs haben Exxon eingeladen. Diese Einladung wurde abgelehnt. Exxon belügt uns seit 50 Jahren, wusste, dass seine Tätigkeit zum Klimawandel beiträgt. Das ist ein Skandal, denn wir alle sind Betroffenen von der globalen Erwärmung und brauchen sofortige Lösungen an Aktionen. Dass Exxon heute nicht gekommen ist, zeigt, dass es die Demokratie nicht respektiert. Und jetzt sind Hunderttausende von jungen Leuten, ja sogar Millionen, auf der Straße und protestieren. Und das ist ein Skandal zu einem Zeitpunkt, wo es eine große Bewegung zu einer internationalen Bewegung gibt, unterstützt vom Europäischen Parlament. Die großen Unternehmen sollen in die Verantwortung genommen werden. Dass Exxon nicht hier ist, ist eine Schande. Exxon hat direkten Zugang zu diesem Gebäude, hat sechs Lobby-Badges und viele andere, um hier ins Gebäude zu kommen, nur heute seltsamerweise nicht. Exxon zahlt Millionen an Berater und Lobbyisten 35 Millionen Euro in den letzten neun Jahren, um Einfluss zu nehmen, um falsche Lösungen zu verbreiten, um Klimagesetzgebung zu verwässern. Exxon finanziert noch immer Gruppen, die den Klimawandel verleugnen. Exxon, etwas läuft sehr schief in den letzten fünf Jahren. 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 waren die heißesten Temperaturen, die man je gemessen hat. Und Exxon sitzt am Verhandlungstisch und hilft, Energie- und Klimapolitik mitzugestalten, wird sogar dazu eingeladen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Exxon Klimagesetze direkt mitschreibt, während junge Menschen drei draußen Gesetze fordern, die den Klimawandel eindämmen. Was Exxon macht, schadet dem Planeten. Exxon hat große finanzielle Interessen, die nicht vereinbar sind mit sinnvollen Klimagesetzeln. Eine Klimaaktion ist nicht möglich, wenn Exxon weiterhin Einfluss ausübt. Das geht nicht, wenn andere Gesellschaften, die fossile Brennstoffe erzeugen, solchen Einfluss haben. Wie können Parlament und andere Institutionen weitermachen? Exxon soll keine Badges für die Gebäude mehr haben, sollte hier keine Lobbyarbeit betreiben. Exxon sollte nicht in der Lage sein, teilzunehmen an Events im Parlament oder bei der EU-Kommission. Interaktion zwischen Exxon und Parlamentariern und deren Mitarbeitern und Kommissionsmitarbeitern sollte stark beschränkt werden. Exxon sollte nicht in Gruppen der Kommission sitzen. Da sollte es keine Drehtür mehr geben. Also große Gas- und Ölunternehmen dürfen nicht mehr so großes Gewicht bekommen. Die Interessen, die die fossilen Brennstoffe vertrieben, haben viel zu viel Gewicht. Die zivile Gesellschaft muss stärker ins Gewicht fallen. Exxon und andere Öl- und Gasunternehmen müssen gebremst werden. Eins nach dem anderen, wir sollten sofort bei den Batches der Lobbyisten anfangen. Ja, Dankeschön. Und jetzt Herr Jeffrey Subran, Forscher an der Harvard-Universität. Er hat die Klimawandel-Kommunikation von Exxon von 1997 bis 2014 Revue passieren lassen. Sie haben fünf Minuten Zeit. Vielen Dank dafür, dass ich heute hier sein darf und hier über die Kommunikation zu Klimawandel von ExxonMobil sprechen darf. Wir wissen auch, dass hier verschiedene Gerichtsverfahren angestrengt worden sind gegen dieses Unternehmen, unter anderem in Massachusetts. Es ist natürlich die Frage, wie hat die Kommunikation über den Klimawandel von ExxonMobil und anderen Unternehmen aus dem Bereich fossile Brennstoffe, die Kunden auf die falsche Fährte geführt, sie verwirrt. Wenn wir uns jetzt einfach einmal hier die Zeitleiste anschauen, wie hat das begonnen mit der Verleugnung des Klimawandels? Das war 1940. Da hatten wir 1954 zum einen die Feststellung, dass CO2 in der Atmosphäre aufgrund der Verbrennung von Brennstoffen bereits in der Atmosphäre zugenommen hatte. Dann 1959 wurde eben, falls hier von einem Physiker, Herr Edward Teller, gewarnt. Es ging um die Treibhausgase, Erderwärmung, Anstieg der Meeresspiegel. Also seit dieser Zeit weiß man das. Wir haben jetzt hier 60er Jahre, 70er Jahre. Da gab es dann verschiedene Berichte, die auch von API in Auftrag gegeben worden sind. Das sieht man auch hier. Hier ging es um das Schmelzen der Polkappen etc. 1977 hat dann Exxon begonnen, seine Geschäftsführer zu briefen, damit sie hier entsprechend kommunizieren, wenn diese Phänomene angesprochen worden sind. Exxon hat dann ab 1978, 1979 auch ein wissenschaftliches Team angefordert, um hier Forschungen anzustellen. Und wir haben dann hier auch ein Zitat. Da sieht man, dass gesagt wird, dass die ganzen Berechnungen hier für die Erderwärmung CO2 korrekt sind. Das heißt, Ende der 70er war das ganz klar. Es ist keine Spekulikation. Es war jetzt nur eine Frage, wie schnell das alles mit dem Klimawandel passieren wird. Es ging also nicht darum, ob, sondern wie lange das dauert. Und das war natürlich dann einer der Scheidepunkte für die Industrie. Wie machen wir jetzt weiter? Gehen wir dagegen vor? Machen wir weiter? Dann können wir jetzt natürlich hier auch die Dokumente anschauen, 2015, wie Exxon Mobile hier das Ganze angegangen hat. Wir haben uns diese Dokumente angeschaut. Und hier ging es darum, wie man jetzt einmal überlegt, wie man sich die sozialen Medien zunutze machen kann. Da sehen wir also, wie seit 40 Jahren die Kommunikation analysiert wird, wie man das Ganze macht. Wir haben jetzt also 37 interne Memos im Unternehmen 1977, 1995. Und dann haben wir hier die einen Peer Reviews, also 72, 82 bis 2040. Und dann haben wir uns eine dritte Kategorie angeschaut, Non-Peer Reviews. Und dann eine vierte Kategorie. Da geht es sozusagen um Anzeigen. Da geht es um Veröffentlichen in den Medien, zum Beispiel New York Times. Und da sieht man dann also, wie systematisch vorgegangen worden ist, um die Dokumente zu klassifizieren. Jetzt sehen wir hier also eine Zeiteleiste, wo sind die verschiedenen Dokumentkategorien anzusiedeln. Da sehen wir jetzt also die internen Memos. Da sehen wir also verschiedene Farben, keine Position, zugeben, zugeben oder zugeben und Zweifel. Und dann begründete Zweifel und Zweifel. Also so sind die verschiedenen Farben zu verstehen. Und man sieht jetzt letzten Endes, wie sich diese Farben dann auch einhergehend mit der Mainstream-Botschaft, die die Wissenschaft in den Jahren herausgegeben hat, deckte. Wir sehen jetzt also hier 1979. Da wird also gesagt, dass der Anstieg der CO2-Konzentration eine bedeutende Erderwärmung zur Folge haben wird. Mit dramatischen Auswirkungen auf die Umwelt bis 2050. Man sieht das Ganze jetzt hier auch in Schätzungen. Man hat das Ganze wissenschaftlich genau ausgerechnet. Und dann sehen wir, wie jetzt die Veröffentlichungen peer-reviewed und nicht peer-reviewed von Exxon bewertet worden sind. Da sehen wir jetzt wieder die verschiedenen Farben. Und hier sehen wir jetzt ein Beispiel. Also der wichtigste Klimawissenschaftler von Exxon hat dann gesagt, in einer Zusammenfassung, dass es auch noch stärkere Nachweise gibt, die in den letzten 50 Jahren belegen, dass es zu diesen großen Veränderungen kommt. Aber letzten Endes hat man dann gesagt, gut, was die Veröffentlichung der Breche angeht, da geht es darum, Zweifel zu sehen. Da wird dann also gesagt, ja, die Wissenschaft ist zu unsicher. Man kann nicht mit Sicherheit genau vorhersagen, wie sich der Anstieg der Treibhausgase auf die Temperatur auswirken wird. Und dann wird hier davon gesprochen, dass es eine nicht wirklich gute und verlässliche Wissenschaft ist, dass man hier jetzt also auch den Anstieg der Temperatur nicht wirklich auf das Tun des Menschen auf der Erde zurückführen kann, dass man das nicht wissenschaftlich belegen kann. Da sehen wir jetzt also, wie sich die Farben geändert haben. Wir sehen jetzt also hier ganz klar, der Trend geht nach oben. Wir haben jetzt also immer mehr Dokumente, die den Zweifel säen, rote Dokumente. Also je mehr wissenschaftliche Belege es gibt, umso mehr wird in der Kommunikation der Zweifel zum Ausdruck gebracht. Und jetzt können wir natürlich wieder zu unserer Anfangsfrage zurückführen. Hat man die Öffentlichkeit in die Irre geführt? Ja. Ganz klar hat man hier Klimawissenschaft und die Auswirkungen des Klimawandels, da hat man die Öffentlichkeit in die Irre geführt. Das sieht man ganz klar, jetzt hier 80 Prozent Peer Review Artikel, die bestätigen den Klimawandel. Und man sieht dann von ExxonMobil wurde zu diesen Veröffentlichungen jeweils dann eine Gegenveröffentlichung mit einem Zweifel herausgegeben. Und man sieht natürlich ganz klar, dass viele wissenschaftliche Veröffentlichungen ja auch vertraulich sind. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich dann die entsprechenden Dokumente, wo man dann die Zweifel sehen möchte, veröffentlichen. Und da gibt es dann also Millionen von Lesern, wenn jetzt hier ExxonMobil an die Öffentlichkeit geht. Dann zweite Irreführung. Hier geht es um, sagen wir mal, den Ruf der Klimawissenschaft. Hier wird also gesagt, dass zum Beispiel die Wissenschaft hier sehr stark verwirrt. Und hier wird jetzt auch auf den Bericht des IPCC eingegangen. Man sagt, das Ganze ist sozusagen nicht einem Peer Review unterzogen worden. Und man sieht dann auf der anderen Seite, dass der Autor dieser irreführenden Meldungen auf der anderen Seite als Co-Autor bei der Schlussfolgerung des IPCC mit dabei gewesen ist. Also Verwirrung gestiftet. Dann dritte Irreführung. Also auch wenn alle diese Dokumente geschrieben werden, zusammen mit den Exxon-Wissenschaftlern, dann wird trotz allem vom Unternehmen kommuniziert, dass der Klimawandel, dass diese ganzen wissenschaftlichen Befunden nicht als sicher anzusehen sind. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch Royal Society. Da gibt es Schreiben. Und mein Kollege hat hier auch etwas zu diesem Bericht beigetragen. Also man sieht zunächst einmal, wie das Unternehmen mit vorgegangen ist. Zuerst wurde hier also die Verleugnung kommuniziert. Da kann man wieder auf die Zeitlinie zurückgehen. Man sieht jetzt also hier ein Zitat. Es gibt also keine wissenschaftlichen Daten, die einen Schluss auf den Klimawandel zulassen. Und dann sieht man also, wie Exxon-Mobil sich auch direkt gegen das IPCC ausgesprochen hat, dass man also den Schlussfolgerungen der Wissenschaft nicht glauben kann. Dann sehen wir jetzt zum Beispiel Willi Schoens. Er ist ein Astrophysiker und er hat sehr, sehr, sehr viel Geld bekommen von der Industrie und auch über fünf Jahre sehr, sehr, sehr viel Geld von Exxon-Mobil, um dann als Astrophysiker die wissenschaftlichen Befunde und Erkenntnisse zu kritisieren. Also da gab es dann auch Sprüche wie, zu viel Eis ist auch nicht gut für die Eisbären. Und wir haben jetzt hier auch einmal die Aufgaben aufgelistet, die getätigt worden sind, um hier in der Kommunikation den Klimawandel zu verleugnen, zu verharmlosen. Es sind jetzt auch hier, wird jetzt gesagt, die Rolle der Treibhausgase im Klimawandel ist nicht wirklich richtig verstanden worden. Und es wurde dann letzten Endes auch gesagt, dass POTUS das Kyoto-Abkommen abgelehnt hat, auch von Beiträgen aus der EU. Dann haben wir jetzt hier auch wieder ein Beispiel. Senator James Inhofe sagt, dass die Idee eines Klimawandels der Menschen gemacht ist, durch CO2-Ausstoß einer der größten Täuschungen ist, die der Menschheit je vorgespiegelt worden ist. Und Exxon-Mobil hat aber auch in die Irre geführt, wenn es um Ernsthaftigkeit und Lösbarkeit geht. Hier wird jetzt zum Beispiel gesagt, hier Anstieg der Meeresspiegel, das hatte man damals alles anerkannt. Aber jetzt 21 Jahre später wird dann in der Presse gesagt, ja, diese ganzen Vorhersagen sind genauso kurzlebig wie die Wettervorhersage und nicht akkurat genug. Und wir sehen dann auch, wie über die Vermögenswerte im Bereich der fossilen Brennstoffe falsch informiert wird. Es wird also dann an den Berechnungen gearbeitet, um hier zu den entsprechenden Schlussfolgerungen zu kommen, die nicht stimmen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zu unserer Leitfrage vom Anfang zurückkommen, können wir sagen, ja, ist auch falsch informiert werden. Und das ist nicht zufällig passiert. Wenn wir uns jetzt überlegen, vor vier Jahren gab es ja auch einen ganz kritischen Moment, und da hatten wir zum einen die Forschung im Bereich Klimawissenschaft und dann zum anderen die Kampagnen der Öffentlichkeit. Wir haben das Ganze jetzt hier mit den verschiedenen Pfeilen dargestellt. Das heißt, man kann sich also auf wissenschaftliche Daten stützen, wenn es um Entscheidungen geht im Bereich Klimawandel. Aber wenn wir dann auf der anderen Seite die Kampagne sehen, Öffentlichkeit, Presse, da sehen wir dann auch in den 80er Jahren, dass diese Kampagne hier auch ganz explizit entsprechend im Kommunikationsplan so vorgegeben worden ist. Hier wird zum Beispiel gesagt, wir haben den Sieg erreicht, wenn die Durchschnittsbürger die Unsicherheit um den Klimawissenschaft verstehen und anerkennen. Und letzten Endes wird das Ganze dann auch wieder von den entsprechenden Unternehmen, der Industrie, einschlägige Unternehmen, auch Tabakindustrie unterstützt. Wir sehen jetzt hier in den 90ern noch eine wesentlich härtere oder deutliche Strategie. Da gibt es unterschiedliche Perspektiven. Zum einen sagt man also, wenn es um das Öl geht, ja, das sind also die großen Ölgiganten, das sind die neuen großen Tabakgiganten. Also da sieht man, die Strategie hat man ganz genau aus den Spielregeln der Tabakindustrie abgeschrieben. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen einmal diese Maschinerie anschaut, Klimawandel, Verleugnung, da wird dann sozusagen ein Input gegeben und letzten Endes kommt das Ganze dann entsprechend in den Medien heraus und man kommuniziert denen die Verleugnung des Klimawandels. Das Ganze ist letzten Endes eine große, große Maschinerie. In anderen Worten, das, was in den Vereinigten Staaten passiert zu diesem Thema, ist auch exportiert werden. Wir haben jetzt diese Maschinerie auch in Europa. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine spanische Akademie. Da wird davon gesagt, ja, wenn wir auf saubere Energie setzen, dann werden 2,2 Arbeitsplätze zerstört und ein grüner Arbeitsplatz wird geschaffen. Da sieht man auch wieder, wie diese Maschinerie funktioniert. Dann haben wir jetzt hier auch ein Netzwerk im Vereinigten Königreich. Die haben ebenfalls diesen Bericht hier dann, der von der Spanien Universität herausgegeben worden ist, mit finanziert. Und letzten Endes, wenn man das Ganze zurückverfolgt, dann sehen wir ja, wo es herkommt. Was sind jetzt die Auswirkungen? Wir haben jetzt ein sogenanntes Ökosystem des Einflusses, das sich auf unsere Politiker auswirkt und auf die Entscheidungsträger. Es wird also Meinung gemacht. Wenn wir uns das jetzt einfach mal anschauen, die Vereinigten Staaten sind sozusagen zum großen Verhinderer einer effizienten Klimapolitik geworden. Und an vorderster Stelle steht Präsident Trump. Und es gibt all diese Argumente, die letzten Endes auf die Unsicherheit dieser Wissenschaft abzielen, die dann dazu geführt haben, dass auch in verschiedenen anderen Ländern diese Ideen der Verleugnung und Verwirrung anerkannt worden sind. Also das Ganze folgt natürlich auch verschiedenen Mechanismen und Ideen. Wir haben zum einen Gewinn und Ideologie. Das Ganze geht dann sozusagen in eine Antiwissenschaft, Antipolitik, also in die Klimaverleugnung. Und dann führt das zum Misstrauen in die Wissenschaft, in die Medien und in die Regierung. Und letzten Endes schließt sich dann wieder der Kreis. Und da können wir dann im Prinzip auch Parallelen finden zu Tea Party und die vom rechten Flügel von der Brexit-Kampagne. Das ist genau die gleiche Mechanik. Das ist die gleiche Maschinerie. Und letzten Endes sehen wir, dass wir Sachverständige haben, die mit Tausenden von Seiten nachgewiesen haben, was es für eine Auswirkung gibt auf die Umwelt, also der Brennstoffindustrie. Und letzten Endes haben wir eine Riesenkampagne, die dagegen aufgestellt worden ist. Und dazu gehört eben auch ExxonMobil. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Nachweise, dass diese Unternehmen seit 60 Jahren wissen, dass der Klimawandel menschengerecht, menschengemachter ist. Aber diese Nachweise, die gebracht werden, die gehen natürlich immer nur in eine Richtung. Und die Unternehmen fördern dann eine Desinformation, um tatsächlich auch die Politik und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Und sie haben da leider auch größtenteils Erfolg mitgehabt. Ganz herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Georgi Stefanoff bekommt jetzt das Wort. Er ist führender Klima- und Energieexperte und ist auch tätig im BWF Bulgarien. Bitte schön, Sie haben das Wort für circa zwölf Minuten. So, dear Mr. Czarski, Vice Chair of the Petition Committee. Ja, verehrte Vorsitzende, verehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Nur ganz kurz, wer bin ich? Ich lebe in Sofia, in Bulgarien. Ich habe zwei Kinder und eine Ehefrau. Ich bin 100 Prozent Umweltaktivist seit 20 Jahren. Ich bin auch bei WWF Bulgarien und bin auch Dozent an der NBO. Ich bin Gründer der bulgarischen Klimaaktionskoalition und bei den bulgarischen Grünen dabei. Ich bin auch ökologischer Imker. Ich darf nur sprechen über nützliche Kommunikations- und Wahlkampftechniken, um Klimawandelleugnung zu bekämpfen. Aufgrund meiner NRO-Erfahrung möchte ich eingehen auf manche Grundsätze, Klärungen und Schlussfolgerungen, die der Vorredner bereits angeregt hat. Also die Meinung zum Klimawandel ist geteilt. Nicht, weil wir nicht genügend gute Informationen haben, sondern weil die Information schlecht analysiert wird und nicht gut der Öffentlichkeit übermittelt wird. Manche sind ungleich, manche sind gleichgültig oder nicht informiert. Manche glauben, dass der Klimawandel nicht mit menschlicher Tätigkeit zusammenmerkt. Also ich darf eine einfache Frage vorneweg stellen. Warum gibt es keine guten Filme über Klimawandel mit einem Happy End? Die Antwort zu dieser einfachen Frage zeigt uns, was es hinter der Klimawandelleugnung gibt. Kommunikation und Wahlkampf gegen ein Phänomen wie Klimawandel, das ist ja komplex. Wenn man das einfach machen möchte, geht das gar nicht, weil da gibt es mehrere Herausforderungen. Die Klimaleugner handeln ja mit Absicht. Die wichtigsten Aspekte von Klimawandel, Maßnahmen und Politik werden geleugnet. Da wird Verwirrung gestiftet. Man versteht nicht richtig, was der Klimawandel wirklich ist. Warum sind Kampagnen wichtig, um Klimawandelleugnung zu bekämpfen? Also das ist natürlich eine gezielte Tätigkeit, um etwas zu erzählen. Das ist keine Bildung, das ist keine Advocacy, das ist kein Lobbying oder irgendwelche nebensächliche Kommunikationstätigkeit, sondern um die Öffentlichkeit zu erreichen, um einen Wandel herbeizuführen im Dienste der Öffentlichkeit, um nicht zu weitermachen wie bisher. Wir brauchen einen Kanal, damit die Öffentlichkeit Wandel herbeiführen kann und damit wir nicht so weitermachen wie bis jetzt. Kampagnen sind auch wichtig, weil das eine Form der öffentlichen Politik ist. So kann man etwas tun. Man kann Werte in konkretes Handeln gießen und man kann dort etwas tun, wo der kommerzielle Markt und die formellen Politikbereiche Werte nicht in Handeln um Münzen. Oft sehen Politiker Klimakampagnen als etwas, was in Konkurrenz steht zur Politik, zur Macht und zum Status quo. Mächtige wollen auch keine Kampagnen durchführen, weil sie das gar nicht brauchen. Sie sind bereits an der Macht und leugnen die offizielle Wahrheit. Kampagnen, um die Klimawandel-Leugner zu bekämpfen, wollen einen Wandel herbeiführen. Das sind keine Werbekampagnen, Fundraising-Kampagnen, PR-Kampagnen oder Wahlkampagnen. Das sind strategische Kampagnen, die die systematischen, mächtigen Akteure herausfordern. Da muss man daran arbeiten, dass die Trendwende eingeleitet wird. Die wichtigsten Grundsätze der Kampagnenführung sind folgende. Multidimensional. Man muss in mehreren Dimensionen des menschlichen Beständnisses kommunizieren. Man muss als führender Akteur vorangehen und man muss sich legitimieren lassen durch ein moralisches Defizit. Was passiert jetzt? Was muss passieren? Man muss eine Debatte in der Gesellschaft anstoßen. Man muss einen Bedarf ermitteln, eine Lösung vorschlagen. Man muss strategisch sein und sich an Werte halten. Wie können wir einen Wandel herbeiführen bei der Klimaleugnung? Nun, durch eine Debatte mit der Gesellschaft, um eine Motivation zum Handeln und die Instrumente zum Handeln zur Verfügung zu stellen. Das heißt, eine Gesellschaft muss wissen, dass etwas dringend passiert muss und sie bittet um Hilfe. Nur mit der Gesellschaft gemeinsam können wir etwas verändern und das Unmögliche möglich machen. Also das ist quasi ein Ruf zu den Waffen und ein Ruf, sich dem Amteuer anzuschließen. Dann die Mittel zu handeln. Da muss man die Instrumente und Mechanismen für das Handeln bereitstellen. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie wirklich einen Beitrag leisten können zum Wandel und dass es ohne die Menschen nicht gelingen kann. Also es reicht nicht, ein Experte zu sein in einem bestimmten Fachgebiet, um Klimawandel zu verstehen, mit dem wir zu tun haben. Man muss verstehen, wie funktioniert Motivation, wie muss man ein Thema gestalten und fassen, damit das die Öffentlichkeit auch erreicht und den Bedürfnissen eingeht. Warum ist Kommunikation so wichtig? Das sehen Sie bereits hier auf dem Bild. Wir wollen nicht, dass die Zukunft unserer Kinder in den Händen der Klimaleugner bleibt. Kommunikation funktioniert in zwei Verfahren. Man muss anderen zuhören und man muss Kommunikationshörungen überwinden. Ansonsten gibt es Missverständnisse und Fehlschlüsse. Wir haben das bereits gehört. Aber die Kommunikationsgleichung sieht so aus. Also was hat man, was hört man, welche Stimmqualität hat man, wie klingt das, wie wird es ausgedrückt. 40 Prozent ist aber in dem, was man sieht und fühlt. Also der Gesichtsausdruck, das Auftreten, die Kleidung, die Haltung, Augenkontakt, Körpersprache. Das macht 90 Prozent aus, die Wörter nur 10 Prozent. Also effiziente Kommunikationskompetenzen müssen genutzt werden, um die Perspektive der Leugnung zu ändern. Also Lächeln, positive Körpersprache und vieles andere kann man einsetzen, um zu überzeugen. Aber auch die Hindernisse an effizienten Kommunikation dürfen wir nicht verzehnen. Manchmal sind diese Hindernisse wirklich groß. Zum Beispiel die Zeit, die Sprache, die wir anwenden, um auf die Dringlichkeit hinzuweisen. Der Lärm, der unsere Botschaft umgibt, zu viele Fragen, nicht einfache Fragen, zu wenig Interesse und so weiter und so fort. Aber, also wir haben jahrzehntelang gesehen, dass der Klimawandel geleugnet wird. Das ist ein großer Drache, mit dem wir kämpfen müssen. Aber, wir werden diesen Trend umkehren können und gewinnen können. Das glaube ich wirklich. Die heutige Leugnung betrifft die Frage, was passiert, wenn die Temperatur um mehr als 1,5 Grad Celsius ansteigt. Also vor 20, 30 Jahren stellte sich noch eine andere Frage. Ist das wirklich Klimawandel, Menschen verursacht? Die Leugner versuchen heute, die Gesellschaft zu überzeugen, dass unabhängig wie viel die Erderwärmung ansteigt, die Zukunft wird besser und man soll sich keine Sorgen machen. Aber ist es wirklich so? Natürlich ist es nicht so. Und hier sehen wir wirklich, was der Unterschied ist zwischen 1,5 Prozent und 2 Grad Celsius Verzeihung Anstieg. Also bei Extremwetterereignissen ist der Unterschied 70 Prozent. Also im ersten Szenario wird vielleicht nur 10 Prozent der Weltbevölkerung betroffen sein von Extremwetterereignissen. Im zweiten Szenario ist es dann schon ein Drittel. Also bevor ich zum Schluss komme, darf ich noch einmal eingehen auf die 15 Grundsätze nützlicher Kommunikation gegen Klimawandelleugnung. Also was weiß man? Damit soll man starten, nicht mit dem, was man nicht hat. Man muss ganz klar auch auf den wissenschaftlichen Konsens hinweisen. Und von Unsicherheit muss man sich bewegen zum Risiko. Also jetzt beschäftigt man sich ja sehr viel mit Risiko, auch in der Versicherungsbranche, Sozialversicherung und so weiter. Also auch Politiker, Unternehmensführer und Militärangehörige sprechen ja immer wieder über Risiken, nicht über Unsicherheiten. Das sollten wir auch aufgreifen. Dann, wie sieht das Risiko aus, um das es geht? Da muss man auch klare Worte finden. Das hat der Vorredner bereits gesagt. Was motiviert die Menschen hier? Was ist die Triebwäder? Was ist wichtig für die Öffentlichkeit? Auch das ist ein wichtiger Grundsatz. Dann Bilder und Geschichten erzählen. Das ist wichtig bei der Kommunikation. Die meisten Menschen verstehen die Welt über Bilder und Geschichten, nicht durch Zahlen, Wahrscheinlichkeiten oder irgendwelche Grafiken. Also wir müssen jetzt die technische Sprache und die wissenschaftlichen Statements umwandeln in etwas, was motivierender wirkt. Und dann auf das Positive der Unsicherheit hinweisen. Das ist auch wichtig. Dann musste man eine Debatte führen, nicht einen Streit führen. Dann muss man eine menschliche Geschichte erzählen. Die meisten Menschen verstehen Anekdoten und Geschichten. So sehen sie die Welt. Sie möchten nicht Statistiken und Grafiken sehen. Also die narrative Struktur muss auch ein menschliches Gesicht bekommen hinter der Forschung, wenn man Informationen rüberbringen möchte. Das gelingt am besten durch eine spannende Geschichte. Dann muss man sich in der Kommunikation auch konzentrieren auf die Lösungen. Optimismus, eine Lösung, eine positive Botschaft ist wichtig, um die Menschen in ihrem Interesse zu wecken. Dann ein zuversichtlicher, selbstbewusster Kommunikator muss man sein. Also keine endgültigen Antworten, fertigen Antworten bieten, sondern offen sein für Fragen. Da kann man auch eingehen auf Beispiele aus dem alltäglichen Leben, sodass Menschen sehen, Unsicherheit gibt es überall, nicht nur in der Klimaforschung. Dann muss man sprechen über die echte Welt, nicht über abstrakte Ideen. Man sollte klare Sprache sprechen, deutliche Beispiele wählen aus dem Alltag. Dann erkennt das die Öffentlichkeit eher. Und dann muss man schlussendlich auch immer wieder die gleichen Argumente wiederholen und wiederholen, wiederholen. Einmal sagen reicht nicht. Da muss man ganz deutlich aufzeigen, wo ist der Wandel, was möchte man verändern. Die Klimaleugner haben ihre Meinung geändert. Warum? Das sehen wir hier. Also viele möchten mehr über die Wissenschaft wissen. Der Umweltschaden ist hoch. Die Wettereignisse, die extrem sind, nehmen zu. Und die Klimawandelleugner werden immer unglaubwürdiger. Die wichtige Rolle bei den NROs ist ja auch nicht zu übersehen. Wir müssen lokal ansetzen, global etwas bewirken. Das heißt, man muss das verständlich und deutlich formulieren. Wir haben hier seit 20 Jahren fast alle zwei Jahre einen Bericht herausgegeben zu unserem Handeln. Und dann muss man sichtbar zuversichtlich sein. Man muss natürlich auch die Bösen sozusagen immer wieder in die Pflicht nehmen und sich verbünden mit denjenigen, die uns helfen können. Die Kollegen haben in den USA, nachdem Trump Präsident wurde, neue Bündnisse gesucht. Das heißt, so konnten mehr als 3.500 Unterschriften gesammelt werden, also bei so vielen Organisationen. Und das vertritt 155 Millionen US-Bürger, die immer noch sagen, dass sie was tun möchten, obwohl Trump Präsident ist. Wenn man etwas erreichen möchte, dann muss man etwas Größeres in den Blick nehmen als den Energiesektor und ihre Klimaleugnung. Man muss den Politikern auch Argumente in Hand geben, um Klimawandel zu bekämpfen. Das ist ein Beispiel aus unserem Netzwerk. Wir haben das vor zwei Monaten gestartet für unsere Kampagne Deal for Nature and People. Also alle Menschen weltweit sollen angesprochen werden. Wir möchten Menschen nicht entzweien in unseren Kampagnen. Das ist das Wesentliche. Das ist eine Chance, eine Kampagne, die akzeptiert wird von vielen und die Klimaleugner können dagegen gar nicht argumentieren. Dann ist es auch wichtig, dass man sich verbündet, dass man sich zusammenschließt. Nur so kann man effizient Klimaleugnung bekämpfen. Manchmal gibt es auch unerwartete Partnerschaften. Das ist manchmal verwirrend, aber doch nützlich. Klimawandelleugnung wird bald der Geschichte angehören, so glaube ich. Und daher glaube ich, dass wir uns jetzt wirklich mit dem Klimawandel beschäftigen müssen. Und dann sagte ja schon vor langer Zeit ein kluger Mann, wir brauchen neue Ansätze, um Probleme zu lösen. Da helfen alte Denkansätze nicht. Lösungen haben wir ja bereits. Wir müssen uns das einfach nur bei der Natur abgucken. Menschen sind ja auch Teil der Natur weltweit. Und die Lösungen, die liegen ja bereits vor. Vielen Dank. Liebe Freunde, wir haben leider kaum noch Zeit, uns zu unterhalten. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Vorsitzender. Herr Vorsitzender, er stellt ein Unternehmen an den Pranger, das über 40.000 Menschen beschäftigt. Gleichzeitig bearbeitet dieses Unternehmen Präsident Trump, damit er im Pariser Übereinkommen bleibt. 10 Milliarden hat dieses Unternehmen in den letzten 15 Jahren in Europa investiert. Was positiv ist in dieses Unternehmen, bekämpfen wir. Ja, also die US-Behörde SIG hat dieses Unternehmen mehrfach freigesprochen. Außerdem wurden Ihre Argumente wegen mangelnder wissenschaftlicher Grundlagen häufig abgelehnt. Also das, was Sie machen, müsste auch besser peer-reviewed werden. Haben Sie Ihre Studie veröffentlicht? Exxon und Mobil waren 99 zwei getrennte Unternehmen und nicht haftbar für die jeweils andere Firma. In Rumänien hat Exxon Mobil eine wunderbare Arbeit gemacht. Er hat Infrastrukturen geschaffen, Arbeitsplätze geschaffen. Denken wir an das, was die Kommission 2017 sagte. Die Kommission möchte nichts unternehmen in dieser Sache. Frau Skolgert, bitte. Ja, danke schön. Ich danke Food and Water Europe für diese Petition. Ich danke für die ausgezeichnete Arbeit und den interessanten Vortrag. Wir wissen, wie Lobbys funktionieren. Wir wissen, was sie im Hause tun. Viele Politiker, die wir arbeiten, arbeiten dauerhaft für die Industrie, auch für Öl und Gas, die ja zerstörerisch ist. Selbst wenn diese Unternehmen die Zukunft unserer Kinder auf dem Planeten zerstören. Von Herrn Zubran haben wir heute viel erfahren. In diesem Zeitalter versuchen viele, die Wahrheit zu verdrehen. Und das wiederum gefährdet unsere Demokratie. In der Demokratie haben wir in der Regel einen guten Überblick über die Wahrheit. Exxon Mobil hat das ständig unterminiert. Uns Bürgern sollte klar sein, welche Lobbyisten wir treffen möchten. Auch anderen ist das klar. Wir müssen Rechenschaft ablegen für unsere Entscheidungen. Wir müssen wissen, welches unsere Informationsquellen sind. Aber auch die Lobbyisten müssten Rechenschaft ablegen. Es ist inakzeptabel, dass Exxon Mobil hier nicht erschienen ist. Wenn sie unsere Partner sein wollen, Teil des Verhandlungsprozesses, muss Transparenz herrschen. Und wenn Exxon Mobil Lügen verbreitet, dürfen wir sie hier nicht mehr reinlassen. Dürfen wir hier keine Fake News akzeptieren, was unsere Möglichkeit behindert, der Menschheit auf dem Planeten überhaupt ein Überlegen zu ermöglichen? Nach Regel 116 dürfen Zugangsbadges verweigert werden, wenn jemand nicht begründet eine Einladung ausschlägt. Wir haben also die nötige Grundlage, um die Lobby-Badges von Exxon Mobil wegzunehmen. Ich möchte alle anderen MEPs, denen die Zukunft des Klimas wichtig ist, dringend bitten, diesen Brief mit zu unterzeichnen. Vielen Dank, Frau Garenny. Ja, danke schön. Ist Ihnen klar, dass Sie in Brüssel sind, im Herzen der europäischen Institution, wo wir weltweit führend sind im Kampf gegen den Klimawandel? Sie reden so, als ob Sie in Washington oder in Peking wären. Wir sind so sehr führend, dass wir oft alleine dastehen im Vergleich zum Recht der Welt. Was könnten wir noch tun? Sollten wir uns nicht konzentrieren darauf, von den USA und China zu verlangen, was wir längst tun? Mehr können wir kaum tun. Was die Petition angeht, wer sie vertreten hat, sagt, wir sind nicht allein gegen Exxon, sondern gegen alle, die Öl und Gas fördern. Es ist aber nicht so, dass Öl- und Gasförderung illegal sind. Wir sind in der Energiewende begriffen, wir haben noch einen Mix. Also wir haben hier irgendwie die Wahl, dazwischen vergiftet zu werden, unter Kälte oder unter Hitze zu leiten. Natürlich finanzieren die Erdölfirmen einiges. Ich glaube, aber Rockefeller ist noch nicht. Mutter Teresa von Calcutta hat viele Erd- und Ölunternehmen finanziert. Also die, die mit Öl und Gas Gewinne gemacht haben, merken, dass jetzt die Gewinne im Strom liegen. Also die Diskussion gerät aus dem Gleichgewicht. Frau Neuendorf hat die Ergebnisse von Professor Subran infrage gestellt. Sie sagt, er hätte voreingenommen gearbeitet. Wir müssen einmal anschauen, wer Recht hat. Aber wir haben alle Panik wegen des Klimawandels, den wir bekämpfen müssen. Der Klimawandel wird in dieser Region der Welt am stärksten bekämpft. Ich glaube, Sie haben sich in der geografischen Region geirrt. Viel Glück. Also ExxonMobil hat sich hier verweigert, hier unserem Komitee Rede und Antwort zu stehen. Mit dem Argument, dass Sie gerade in den USA ein Gerichtsverfahren gegen Sie im Laufen haben, wo Sie genau dieser Anschuldigung gegenüberstehen, dass Sie Falschinformationen über den Klimawandel verbreitet haben. Und wer das amerikanische Justizsystem kennt, weiß, man braucht schon einiges an Beweisen, um einen amerikanischen Staatsanwalt dazu zu bewegen, eines der größten amerikanischen Unternehmen anzuklagen und vor Gericht zu zerren. Also es ist befremdlich, dass ExxonMobil heute nicht da ist. Aber viel befremdlicher finde ich es noch, dass hier Abgeordnete unseres eigenen Hauses, hier die Petenten beschimpfen, ihnen den Vogel zeigen, dafür, dass sie eine Petition einreichen, wo sie für die Zukunft unserer Generation und der nächsten Generationen eintreten. Und wenn Sie diese Petenten hier beschimpfen, beschimpfen Sie zehntausende junge Leute, die auf der Straße demonstrieren für eine aktive Klimapolitik. Und wenn wir jetzt einmal abgehen von der Frage, was denn in der Vergangenheit stattgefunden hat. ExxonMobil schreibt in diesem Brief, Sie unterstützen die Ergebnisse der Klimakonferenz in Paris. Und wie viel Geld hat ExxonMobil seither verändert in Ihren Investitionen? Wie viel Prozent Ihres Geschäftsmodells sind heute erneuerbare Energie? Erklären Sie uns das einmal, wie ein Unternehmen weiter das Desaster und das Verbrechen an der Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder fortführen kann und gleichzeitig behaupten, Sie hätten die Botschaft des Klimawandels verstanden. Das halte ich für Doppelzüngigkeit. Und es ist mir peinlich, dass hier selbst Abgeordnete des eigenen Hauses die Petenten hier beschimpfen. Es tut mir leid. Eine Minute. Eine Minute. Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Wir sind ja nun jetzt hier mitten im Herzen des Europäischen Parlaments. Ein institutioneller Ort, wo wir ein Paket anführen für saubere Energie. Und hier geht es ja um die Pläne für 2030 Steuerungspläne. Und wir möchten hier auch die Entkarbonisierung vorantreiben. Wir sind an einer führenden Stelle, wenn es um intelligente Mobilität geht. Und da muss ich dann doch einfach auch mal darauf reagieren, wenn hier jetzt gesagt wird, wir sollen auf die Vereinigten Staaten und China warten, die doch eigentlich hinter uns kommen. Und ich denke, wir müssen hier auch wirklich führend sein, weil was auf dem Spiel steht, ist die Zukunft des Planeten und die Zukunft der Menschen. Und in Bukarest, da war ich dabei, da gab es ja auch eine Sitzung, auch Europa und AKP-Staaten. Und wir haben dann auch gesehen, es gibt eine riesen Katastrophe jetzt in Zimbabwe, in Mosambique. Und wir bringen dann immer unser Bedauern zum Ausdruck, aber machen tun wir nichts. Dankeschön. Jetzt darf noch zwei Minuten reagiert werden. Ganz kurz. Bitte. Verzeihung, wenn ich nicht auf alles reagieren kann. Wir werden als Aktivisten bezichtigt, als ob das was Schlimmes wäre. Wir sind Aktivisten dafür, dass die Trima-Glise, die unsere künftige Generationen bedroht, gelöst wird. Wir kämpfen über die Aufdeckung der Wahrheiten, über die Energieerzeuger, die alle seit Jahrzehnten verleugnen. Wir brauchen die Energiewende. Anders geht es nicht aufgrund des Klimawandels. Wir sind aber auch Wissenschaftler. Wir verbreiten nicht nur Meinungen. Wir stützen uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die von anonymen und gleichzeitig anerkannten Experten einem Peer-Review unterzogen wurden. Es gab einen Bericht finanziert von ExxonMobil. Genau so schürt man die Ängste. Genau so verbreitet man Zweifel. Und darum ging es in meinem Bericht. Wir haben Exxons Kritik genau analysiert. Und jetzt werden Leute auf uns gehetzt, wobei Exxon-Berichte nie unabhängig geprüft wurden. Es ist eine Liste langer Beschuldigungen. Das ist ein Sehen von Zweifeln, wie es schlimmer nicht geht. Bei einer Live-Anhörung werden falsche Anschuldigungen ausgesprochen. Die Diskussion würde erfordern, dass alle sich genau auskennen bei unserer Studie. Aber Wissenschaft wird in einer Ausschussanhörung nicht gemacht. Exxon ist das alles gleichgültig. Exxon muss die Debatte nicht gewinnen. Exxon muss nur den Eindruck erwecken, diskussionsbereit zu sein. Und was ich gemacht habe, wurde einem Peer-Review einer anerkannten Fachzeitschrift unterworfen. Und was Exxon macht, wird einfach exbeliebig veröffentlicht. Stefano, bitte ganz kurz etwas von mir. Alles wissen, was dieses Greenwashing bedeutet. Solche Energieunternehmen machen ganz deutlich ein internationales Greenwashing. Aus Russland, aus Osteuropa werden Dinge bekannt, die auch sehr problematisch sind. Es wird schwierig sein, auf alle Fragen und Kommentare, die wir gehört haben, einzugehen. Wir leben in einer politischen Union in Europa. Wir kommen nicht darum herum, dieses Thema in Angriff zu nehmen. Und ich würde gerne von dem Vorsitz hören, wie diese Diskussion weitergeht. Wir können hier nicht aufhören. Wir müssen an die Zukunft denken. Wir müssen für die nächste Generation eine bessere Welt bieten. Dafür sind wir verantwortlich. Dankeschön. Herzlichen Dank an alle für diesen interessanten und sehr fruchtbaren Dialog. Ich danke besonders unseren Podiumsteilnehmer. Es wäre schön, wenn dies nach den Wahlen noch weitergehen könnte. Wir werden es versuchen. In einem anderen Raum geht es um zwei Uhr weiter. Soweit meine Informationen an die PETI-Mitglieder. Und jetzt guten Appetit. Und jetzt können wir gleich wieder machen.